Ja, halli, hallo, liebe Livestream-Freunde, ich bin's, der Tenshi und morgen gibt es einen 24-Stunden-Stream. Ja, die Ankündigung kommt ein kleines bisschen zu spät und nein, meine Stimme ist nicht, äh, so rau, normalerweise. Ja, der Tenshi ist ein kleines bisschen angeschlagen, ich hoffe, das bekomme ich noch hin bis morgen. Hahaha, Leute, 24 Stunden und warum? Ihr wisst ja, wenn ich einen 24-Stunden-Stream mache, dann ist es irgendwie immer, äh, gibt's da irgendwie einen bestimmten Grund. Und zwar liegt es diesmal daran, dass wir mit Jet Bros, der ein oder andere kennt es vielleicht, äh, das Spiel, was Anschlug gerade in der Mache hat, wo ich mehr oder weniger nicht unbedingt dran beteiligt bin, aber ja, äh, trotzdem gerne das mit, ähm, verwirklichen möchte. Das heißt, wir werden Jet Bros am Freitag, 18 Uhr, vielleicht ein paar Minuten später, weil das Stream muss ja erstmal anfangen, ähm, werden wir live das Spiel, ähm, eine Kickstarter-Kampagne starten und wir werden gleichzeitig das Spiel auf Steam Greenlight draufhauen. Das heißt, meine lieben Freunde, für alle unter euch, die eventuell eine Kreditkarte besitzen, was vielleicht nicht sehr viele sind, ihr könnt auf Kickstarter dann quasi mitmachen, ähm, ich zwinge natürlich niemanden dazu, nur die, die halt auch wirklich Bock haben. Für alle anderen, die vielleicht trotzdem irgendwie unterstützen wollen, vielleicht kein Geld haben, ist nicht so schlimm. Ja, aber wir brauchen, ja, wir brauchen jede einzelne Stimme auf Steam Greenlight. Das wäre sehr nice, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet und uns dort eine Stimme dann abgibt. Naja, damit das Spiel Jet Bros irgendwann mal, und das wäre richtig geil, auf Steam draufkommt. Passt auf Leute, ein 24-Stunden-Stream geht ja nicht ohne Spiele. Und ich habe jetzt mal ganz spontan mal ein paar Spiele aufgeschrieben und ungefähr mir einen Zeitplan ausgerechnet, ähm, wobei ich den Zeitplan noch nicht habe, aber ungefähr wie lange ich diese Spiele spiele. Und ja, passt auf, da sind ein paar Spiele dabei. Also, der Anschluss wird am ersten Anfang so vom Stream mit dabei sein, weil es ja auch sein Spiel. Wir wollen ein bisschen über Jet Bros reden, euch das ein bisschen präsentieren und so weiter. Also, was wird es geben neben Jet Bros? Also, Jet Bros gibt's. Dann wollen wir dieses, oh, wie heißt das? NetHog? NetHog 2? Ich habe, nee, 1 ist das. Keine Ahnung, wie das heißt. Das werde ich mit Anschluss zusammen zocken. Jet Bros werden wir zu zweit durchspielen. Dann werden wir Demo-Quasi, 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 äh, Demo-Quasi 3 heißt es, glaube ich, Afrika. Irgend so ein Plug-in, da muss man einen afrikanischen Staat übernehmen und politisch quasi so leiten, dass am besten irgendwann ein richtig krass guter Staat entsteht. Das kann ich mit Anschluss sehr gut und das werden wir auf jeden Fall gemeinsam machen. Ist immer ganz geil, weil da können wir richtig geil noch diskutieren, sehr gut auf den Chat eingehen, weil da jetzt nicht so viele bewegte Bilder sind. Finde ich sehr entspannt, gerade am Anfang vom Stream können wir das mal machen. So, anstatt noch irgendein Retro-Spiel will er mit mir spielen, aber das, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, er wird das noch spielen. Werden wir sehen. Dann habe ich noch eine Kategorie, ja, Multiplayer. Das heißt, ihr wollt ja bestimmt auch mal mitspielen und, äh, da habe ich jetzt vier Spiele reingeschrieben, die wahrscheinlich sehr bekannt sein werden und die wahrscheinlich so gut wie jeder hat, ne. Ähm, naja, gut. Nein, hat nicht jeder, hat nicht jeder. Aber, ja, Leute, ich werde auch mal Robocraft spielen. Ich habe allerdings immer nur so zwei Stunden eingeplant für Robocraft, CSGO, LOL und Rocket League. Das heißt, da könnt ihr dann auch mal ein bisschen mitspielen, beziehungsweise wollen wir später auch noch Drawful 2 spielen. Da kann man in einem geringen Umfang auch mitmachen. Ja, also die, die Stunden, wie lange ich jetzt hier was spiele, äh, wollte ich eigentlich gar nicht ansagen. Jetzt habe ich schon mal ein bisschen gemacht. Ähm, genau. Dann habe ich natürlich noch, ähm, etwas für die, für die Schlauchphasen. Das heißt, wenn, wenn ich langsam müde werde oder eher so nachts, wenn nicht mehr so viel los ist, dann werde ich die lange Wach, die langen Wachspiele spielen, ja, weil sie einfach so geil sind und einfach so begeistern, dass man einfach nicht müde wird. Das wäre Mad Games Tycoon, ja, ist ein geiles Spiel. Shadow of Mordor, Mordors, glaube ich, Shadow of Mordors. Shadow of Mordors, ein geiles Orcs-Abschnetzel-Spiel und eventuell Dark Souls 1. Ja, ich weiß, gefällt vielleicht nicht jedem, aber wie gesagt, das sind ja dann auch die in der Nacht Spiele, wo nicht so viel los ist, tatsächlich. Dann habe ich Social Eating, muss auf jeden Fall dabei. Alter, irgendwann habe ich Hunger, irgendwann muss ich was essen. Da bestellen wir uns eine, da bestellen wir uns eine fette Pizza und dann fresse ich die euch extra für euch vor dem Livestream. Ja, also schön, könnt ihr zuschauen, wie ich mir eine Pizza gönne. Dann, Leute, wird es natürlich auf jeden Fall einige Verlosungen geben. Der Angelo hat noch ein paar kleine Spiele rumliegen. Ich habe in den letzten Monaten einige, ich weiß gar nicht, so viele sind es jetzt nicht, aber wir haben ein paar Spiele Bundles, die wir verlosen können. Das bedeutet aber auch, dass wir leider nicht jedes einzelne Spiel im Bundle verlosen können, sondern nur als Komplett-Bundle. Das heißt, da kann es schon mal ein Bundle geben, was 100 Euro wert ist. Also, da wird es sich auf jeden Fall lohnen, mal vorbeizuschauen. Allerdings, daran muss ich noch darauf hinweisen, da kann man nur, wenn man bei den Twitch-Chats zuschaut, mit dran teilnehmen. Das ist ganz wichtig, Leute. Es geht nur bei Twitch, geht nicht auf YouTube, die Verlosung. Wollte ich schon mal gesagt haben. So, das war jetzt eigentlich im Groben das, was ich euch sagen wollte. Ist jetzt ein bisschen länger geworden, das Gequatsche, aber ich werde, wenn ich es hinbekomme, ich werde heute, ja, wenn ich dann von der Arbeit komme, das wird irgendwann abends sein, werde ich versuchen, dass ich vielleicht auf Arbeit mir kurz Gedanken mache, welche Spiele ich wann spiele, dass ich ungefähr einen Plan vielleicht machen kann, wobei Pläne immer ein bisschen abweichen können, je nachdem, ja, je nachdem, wie viel Lust man auch gerade hat. Ach ja, eine Kategorie habe ich tatsächlich noch vergessen. Ich habe auch noch mal eingeplant, dass wir vielleicht wirklich mal ein paar Vorschläge spielen. Also, wenn irgendjemand ein Spiel kennt, was nicht teuer ist, also ganz günstig oder am besten kostenlos ist, dann kann man das vielleicht auch mal antesten. Wäre doch, glaube ich, auch geil. Also, Leute, noch mal kurz zusammengefasst, Jet Rose wird auf Kickstarter online gehen und auf Steam Queen Lite. Da brauchen wir alle eure Stimmen, ja. Ist kostenlos, kostet nichts. Und deswegen gibt es einen 24-Stunden-Stream mit diversen Spielen, wo ihr ab und zu auch mal mitspielen könnt. Bam. So, das war's. Ich werde mich jetzt sofort ins Bett schmeißen. Ich werde jetzt wahrscheinlich sechs Stunden schlaflos kriegen. Und wenn ich morgen von der Arbeit wiederkomme, mache ich euch noch einen Plan ungefähr, sodass ihr den dann spätestens am Freitagmorgen habt. Ja? 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 Ja, machen wir das so? Link in der Videobeschreibung. Auf YouTube und auf Twitch werde ich gleichzeitig streamen. Aber kommt zu Twitch, das ist geiler. Das ist geiler. Okay. Links alle in der Videobeschreibung unten. Und dann freue ich mich auf euch morgen. Also, kommt alle zahlreich, meine Freunde. Alle zahlreich. Also, dann würde ich sagen, ich war der Tenji hier von se... Ja, Livestream-Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, bis dann. Tschüssi. Juuu. Juuu.